Hallo, wie geht's? Eine Wendung für heute. Eine Schnutter ziehen. Was bedeutet das? Ich ziehe jetzt Schnutter. Das mache ich etwas mit meinen Lippen. Das sind Oberlippen und Unterlippen. Und ich habe die Schnutter gezogen. Wann macht man das? Das könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben. Ich glaube, dass man, wenn man sich beleidigt fühlt, und das ist, glaube ich, charakteristisch besonders für die Kinder. Sie verhalten sich so. Mami, ich möchte mal bitte das Spielzeug haben. Kannst du mir das mal bitte kaufen? Ja, Schnutter ziehen. Danke. Bis nächstes Mal. Tschüss.